Herzlich Willkommen zum Heartbeat für den Monat Juni. Das WM-Fieber steigt, siehst du an meinem Trikot. Ich bin ready, dass Deutschland Weltmeister werden kann. Du auch? Wir starten in eine Serie Spiel des Lebens, wo wir das WM-Thema aufnehmen und uns überlegen, wie sollten wir unser Leben spielen, dass wir am Ende vom Leben, wenn wir vor diesem Gott im Himmel stehen, sagen werden, es war ein erfolgreiches Spiel. In den verschiedenen Lebensbereichen, Beruf, Karriere, Familie, all die Lebensbereiche, die wichtig sind. Und es wird wie immer nicht der moralische Zeigefinger sein, sondern überraschend anders. Ideal ist diese Serie, um all deine Freunde, deine Familie und all deine Perkante einzuladen, dass sie Gott neu erleben, Kirche neu erleben. Die vielen Specials, die es noch gibt, findest du auf der Homepage, unter anderem die Summer Action Aktion, wo wir gemeinsam Beach Soccer, Beach Volleyball spielen und Kirche neu erleben, über Sport und Spaß. Aber auch die Kick-It-Aktion am 13.06., wo wir das erste soziale Projekt in einem Brennpunkt als Kirche starten. Am 20.06. bleibt mir noch zu sagen, wird die Worship-Turnier vom ICF Zürich bei uns sein. Ich freue mich sehr darauf, Leo Bigger und Stage zu haben, zusammen mit der ICF Zürich Band, die das Haus rocken werden. Es wird ein gewaltiger Sommermonat, egal ob die Sonne scheint oder nicht. Ich freue mich drauf, mit dir diesen Monat zu erleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017